Hallo, ich bin Sir Matthias. Heute gibt es ein Fütterungsvideo von meiner Goliath Vogelspinne. Und zwar ist das die Theraposa Apophysis. Nicht so bekannt wie die Styrmi und die Blondie, aber trotzdem wunderschön. Vor allem schaut mal auf die mega langen Beine. Die ersten beiden Segmente der Beine sind fast pink. Und jetzt hat sie auch schon Beute gemacht. Da gibt es heute eine Zephoba. Sie hat sich vor 4 Wochen gehäutet. Es ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Es ist einfach wunderschön. Lange Behaarung. Ihr seht schon etwas in pink. Sie ist auch schon ganz schön gewachsen. Seit der letzten Heutung. Und kann auch keine Korbelänge von bis zu 9 cm reichen. Und eine Beinspannweite von über 25 cm. Ok, ich lasse das Video jetzt weiterlaufen wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst aber wieder einen Like da. Am Sonntag sehen wir wieder bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020